Ich bin der Müllkrieger aus dem Osten. Ich erkunde Neuland mit meinem Müll. Ja, Riftung ist vielleicht ein bisschen doof. Was haben wir denn da noch im Angebot? Offizierstalent, Riftung. Tapferkeit brauche ich nicht. Reitgeschwindigkeit ist ziemlich unnötig. Besserger streicht über die Wiederbelebbarkeit. Das ist schon ein bisschen behindert und so. Ja, machen wir mal bei Tapferkeit. Du kriegst die Tapferkeitsmedaille, dass du das deutsche Fahnenkreuz bekommen hast. Hey, ich brauch nur 9000 Dollar Geld. Hoffentlich krieg ich wieder so einen Squad, sag ich mal, wie eben das weiter da lebe. Die Müllsammler gegen die Nicht-Müllsammler. Ja, das brauchen wir hier bitte schneller. Das ist mein Müllplatz. Das ist mein Müllplatz. Ich hab ihn zuerst gesehen. Und er drückt erst mal W und sagt, ich bin ein Wichser. Guck mal, da hinten kommt schon erst die Müllfigur. Ich hab sie doch gesehen. Wo, Mann? Oh, guck mal, da kommt gleich seine... er bringt seine Mutter mit. Seine Müllsammlermutter. Oh, ich hab fast seine Müllsammlermutter getroffen. Ja, leck bitte einfach. Ähm... Okay, er kommt... er kommt auf jeden Fall vorbei mit seiner Müllsammlermutter. Dann willst du etwa hier hoch, das tut man halt. Ähm... ich x-e und wix-e mal ganz kurz. Weil... und so kennst du. Guck mal, da kommt ja schon die Müllgeburt. Denkt sich... ja, nö, Spiel... ja... Ist ein cool Spiel, ne? Ist toll. Nein, macht... nein, nein, nein. Ist nicht langweilig. Überhaupt nichts zu machen ist gut. Hallo, kannst du das mal? Dankeschön. Oh, ist die Muschi hingeflogen. Oh, ist die Muschi auf die Fresse geflogen. Er tanzt, als gell ist kein Wunder. Er geht mal... oh, jetzt hält er sich mit seinen Müllkräften. Er schmiert sich Müll in die Pfunden und denkt, das hasse er. Oh, nee, ey. Oh, guck mal, radioaktiver Müll. Lass mal reinschmieren. Pfff... Aber... kannst du den mal da hinten oben rein? Der stinkt. Der stinkt mit seiner Müllfamil. Hahaha... Alter, warum stirbt der hier wieder nicht? Jaja... Nee, ich hab nicht gesoffen. Es riecht nur so... Da hinten steht voll die Müllgesichter. Guck dir's an. Na? Hahaha, wer ist hier der Boss? Hundertfünfzehn Meter Weitschoss, Alter. Das macht mir erst mal nach, du Typ, der da rumläuft. Was willst du denn auf Kopf? Komm lieber in meinen Squad, Alter. Kann ich dich hier nichts anschauen, wenn du Scheiß brauchst. Headshot. Kill him in Headshot, das ist gut. Glaub ich. Ja, Archers und das andere möchte ich auch. Oh, hast du mir grad einen Arsch geschossen, wenn ich X rein wollte? Alter, soll ich dir mal die X kaum auf den Hals setzen? Okay, du bist schwul. Du bist eindeutig schwul. Mit dich haben sie... Ja, weißt du, renn einfach hin und her. Wahrscheinlich hätte der Typ mich aber nur zweimal getroffen. Ach, bist du ein cooles Müllgesicht? Wartest extra, ja? Ja, nö, ich hab grad keine Zeit für dich. Genau... Oder der schlampen Kind. Ist schon cool und so. Ist halt so, wenn man mit seiner Müllfamilie auf Axte ist. Dann kommt man viel rum. Schon 30 Müll in die Wunden. Äh, so, ne? Ich mach dir so. Müll sammeln. Äh, revive, please. Ruhig braun, ne? Nö, Müll. Mein neuer Standardspruch, Müll. Gott, wie ich den schon wieder geklaut hab von der Wandhut. Ja, Archer ist so dummer Sachen. Schreib mal einfach. Dann kommt einer vorbei und sagt, Toilettenpapier. Wow, leck doch bitte einfach während der Freienzoomer. Das kommt geil drüber. Ach, guck mal, was da steht. Vielleicht steht so Müllgesicht. Guck mal das. Nein, du Müllgesicht mit Müllgeschmack. Alter, das wär der perfekte Headshot gewesen. Die RCS hat nichts bemerkt. Und dann schieße ich einfach in den Rücken. Das würde sich auch nicht stören. Komm mal hinterher weiter. Oh Mist, es steht denn da Baum. Es sieht jedenfalls aus wie ein Baum. Könnte auch scheiße sein. Scheiße. Könnte auch Müll sein. Könnte Datenmüll sein. Oh, guck mal, der hat mich entdeckt. Wir sehen, du Schlampe und markiert. Man wird sich wundern, Alter. Oh mein Gott, schon wieder 57 schon. Hallo, du Müllgesicht. Nein, für dich ist keine Heilung da. Tut mir leid. Ach, das war ein Headshot, Alter. Aber nein, die sah als vier Blutbüsche. Die sind so hartgekocht, Alter. Die sind so hartgekocht wie ein hartgekochtesai. Bist du jetzt irgendwie cool oder so? Aber du bist markiert, Alter. Du bist in zwei Sekunden tot. Na gut, vielleicht auch in fünf. Na ja, ihr seht mich nicht. Nee, ihr seid cool. Okay, das ist weggesicht. Ich weiß ganz genau, dass ich da bin. Ähm, ja genau. Schieß mich einfach von der Seite ab, weißt du. Kleine Hure. Was ist los? Ja, ich hab's markiert. Headshot. Geht es, du Schlampe. Ähm. Oder jetzt wüsste ich trotzdem noch ganz gern, was mich hier von der Seite angeschossen hat. Ob das jetzt mein Arsch war oder einfach nur Müll. Ja, es hat fast getroffen. Ich bin beeindruckt von mir selber. Ich sollte eine Schule aufmachen für Schießkunst. Oh, willst du hin? Oh, guck mal, hab ich dich getroffen. Tut mir leid im Müllgesicht. Oh ja, kletter doch hoch. Perfekt. Bist du schon oben? Scheiße. Ach, Mann. Oh, hier. Oh, ich hab, ich hab nen Kumpel. Du bist leider kein Bogenschütze, also. Darf ich dich bitten, meinen Palast wieder zu verlassen? In diesem Müllgesicht. Äh, man ist relativ, ne? Ich hab's getroffen. Ich hab äh, sie erst getroffen. Oh, jetzt kommen diese Bogen. Ich schlampe wieder und denke, sie sind irgendwo los. Oh, Mann, diese Mist. Wer schießt mir denn da mal den Arsch, ey? Nee, das geht ja nicht. Also, keine Ahnung. Was geht denn hier ab? Leck bitte einfach. Haha, in den Arsch geschossen. Oh, der Bogenschützer hat fast getroffen. Stolz sein. Da kann Dora sein. Ja, ne, fast getroffen. Der Typ, der hinter mir ist mich auch fast getroffen. Das war richtig knapp. Wie sagst du, im nächsten Jahr wird's bestimmt was. Versuchst du grad die Leitung zu klettern. Ah, guck mal, wie süß. Ah, bin ich weiter weg? Kannst du dich nicht mehr ausrichten. Ah, das Müllgesicht ist da. Ja, ihr seid schlau, ne? Eier Müll mit... Ihr habt eier Müll mit Müll gegessen. Ah, guck mal her, ich bin gar nicht so. Ich verleg dich wieder. Ach, ne, guck mal, das Müllgesicht denkt aus. Ich weiß nicht. Augen, was sind das? Braucht man die? Braucht man die zu was Wichtige? Muss man damit gucken? Oh, guck mal, du bist aber cool.